ein besonderes herzliches willkommen an alle mütter schließlich ist heute muttertag das wird selbstverständlich auch im bäranien groß gefeiert also liebe mütter ich seine majestät teddybärkönig opa der erste wünsche euch allen von ganzen herzen alles gute zum muttertag überreiche euch hiermit symbolisch diesen wunderschönen strauß blumen gesundheit eure königliche majestät danke noch einmal gesundheit eure königliche majestät schon gut vielen dank das machen die blöden blumen hier sie müssen jetzt nicht jedes mal gesundheit sagen wenn ich nie sie also ich bitte vielmals um entschuldigung liebe zuschauer aber irgendwie scheine ich allergisch gegen den strauß zu sein keine ahnung was meine pr beraterin da mal wieder komisches ausgesucht hat meine nase kitzelt schon die ganze zeit also wirklich eure königliche majestät erst sagen sie mir haargenau was ich für blumen besorgen soll und dann ist das auch wieder nicht richtig ihnen kann man es aber auch gar nicht recht machen ich habe ganz bestimmt nicht in auftrag gegeben dass sie dieses allergie auslösende zeug hier kaufen sollen wahrscheinlich haben sogar noch extra ein paar gemeine pollen darunter gemischt um mich zu ärgern hat sie aber das ist eine widerrede ich habe sie durchschaut das wird konsequenzen haben hat und liebe zuschauer bitte nicht vergessen wenn euch mein film gefallen hat gibt mir wieder einen daumen nach oben teilt die news mit anderen und abonniert meinen kanal vielen dank dafür schau